Um mit dem Sturmsoldaten von Level 1 auf Level 2 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und einmal 2 Gegner in weniger als 3 Sekunden erledigen. Das ist gar kein Problem. Ab geht's. Hier haben wir einen Gegner. Da ist bestimmt noch einer, irgendwo in der Nähe. Dann könnten wir direkt die 2 Gegner in weniger als 3 Sekunden snacken. Perfekt. Der andere ist jetzt weggegangen? Ja. Eins, zwei, bam. So, fehlen uns noch 3 weitere Gegner. Haben wir hier noch jemanden? Ah, da haben wir doch noch 2. Das waren Nummer 3 und 4. Einer fehlt uns noch. Den bekommen wir da oben auf dem Parkplatz. Fahren wir da mal schnell hin. Gut, da hinten im Wald wären auch noch welche. Und da sind wir auf Level 2. Und da sind wir auf Level 2. quehens mal 1 there à? Däune. Däune nicht nach. Das über nighttime, wenn wir das noch mal was gibt, Und daversich. 와